Servus, grüßt euch bei uns da wieder einmal in Frankreich beim LS22. Heute mit dabei ist der Breite. Grüß, grüßt euch. So, ich habe mehrere Lohnaufträge angeholt, haben wir ein bisschen Geld gemacht. Den haben wir auch gleich an. Jawohl. Sparen wir uns eine ganze Spur dafür. Dann sind sie wieder weg. Und dann habe ich einen Auftrag bekommen von Breite. Hey! In Breite ist auch ein Honigverfahren. Das ist ein Gefallen von mir. Dann braucht ihr eine Breite für ihn nicht zu zahlen. Außer nach Weiß. Ja, weil vielleicht verkaufst du dann irgendwann wieder mit dem Landhandel. Ach so. Ja, weil du bist auch ein sauberer Arsch. So, hier geht das Geräste auch noch wieder nicht. Keine Ahnung warum. Hier geht wo es packt. Da einfach. Wir haben einige Fehlertreffen. Ja, einige. Gefallen die Giants wissen hätten müssen. Aber es soll Spieletest ausstrengend sein. Ja, das ist schon so. Ich habe einen Schuh geöffnet. Die Gumpfraut. Dann nehmen wir von mir dann eine... Hier eine Paletten. So viel hast du... Sag sie dir noch einmal. So viel hast du nicht, oder Paletten? Du hast so vier Bälle gemacht, oder? Ehe nicht mehr. Nein, das spiele ich uns. Aber in diesem Jahr gar nicht, dass ich ausfügt habe. Na ja, ich habe das Angebot mal abgenommen. Du hast schon einmal sonst das. Ja. Ich verstehe das schon. Aber das würde ich auch. Wenn wir das auch noch einmal sonst machen würden. Servus. Was darfst du auch? Den Honig abtransportieren lassen, weil man es einer anbietet, dass man es sonst macht. Jetzt ist es klar abgelassen. Ja, das ist noch ein milder Honig, glaube ich nicht. Das ist dein Honig. Ein Honig. Ein Honig. Ja. Ja. Ich mache einen Honig. Ich habe einen Honig. Ich bin der Schöpfle. Ich bin der Schöpfle. Ja, ja. Ich bin der Schöpfle. 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 Ich glaube, ja. Ich bin der Schöpfle. Wenn du da einige Kuntos nötst, weißt du besser. Ich bin der Schöpfle. E-Bigwerk Perafon. Wieder und lauf. Im April werden wir dann ansehen und zwar alles gewaltig mit Mais. Große Ex-Legzeug. Ich weiß nicht, aber ich kann nichts mehr anders da sein. Ich hätte noch einen Raps gebraucht, aber der geht erst wieder für nächstes Jahr. Ich habe noch einen Raps-Legzeug. So, Gründervorst und Saubauer. Was ist denn da? Du musst ihn einweisen. Da wo der Henne steht. Oh, ich bin schon mit der Fee. Honig wird hier nicht aufhören. Ich bin wieder mal da herrangen. Ich bin wieder den langen Routen gefahren. Lange Routen. Muss ich runter zu den Gewächshäuser? Die Gewächshäuser muss ich drüber fahren. Geh mich da, kann ich da irgendwo umdreißen? Die Gewächsräse. Ja? Ja, ich muss jetzt hinten mal rausfahren. Cool. Ja, ich bin ja durchwegend beim Wasser fassen. Nicht schwierig. Was ist denn, hast du die Tür aufeinander gestoppt mit deinem Henne? Ja. Ja, stoppelt sie aufeinander. Bei den 18er-Trickern. Bei mir und nicht. Ja, genau. Der Rieger gehört noch, wo der Rieger ist, weißt du auch. Ei. Der stoppelt. Ich weiß nicht. So ein bisschen ein Simko-Feller da. Warum? Seidpultag ist ein bisschen rausgewandert. Warum bei mir nix? Ja. Ei, jetzt ist mir die Beine an da. Ich hab mich ausgeschaut. Hast du jetzt runtergekommen oder was? Ich war nicht runtergekommen. Ich hab gar mal den mit der Hand gehalten. Ich war nicht schon. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Wenn's nicht vor ist. Genau. Wenn's vor ist. Ich hab ja gesagt, du hab mal die Balläden, muss dann mehr rein. Ei, 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 ei. Was ist denn mit dir vor? Komm schon wieder. Komm schon wieder. Komm schon wieder. Komm schon wieder. Ich war nicht gut. Ja. Komm schon wieder. Ja. Ja. Das ist ein R-Drogs. 44. Nein, es ist 1000. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020